Vielen Dank. Wir werden uns enthalten bei dem Antrag. Erstens, weil es ein Kultusantrag ist und wir der Meinung sind, dass das nicht alles immer wieder nochmal geprüft wird. Es gibt Erfahrungen mit Rasengleisen in Kassel, aber die gibt es auch in vielen anderen Städten. Und man weiß eigentlich, was notwendig ist, um Rasengleise zu machen. Und das Zweite ist die Frage, ob wirklich die Rasengleise oder zusätzliche Rasengleise, wir haben ja schon welche, sozusagen den größeren Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz zu bringen und auch zur Resilienz unserer Stadt. Oder ob es nicht mindestens genauso sinnvoll oder sinnvoller wäre, wirklich intensiver sich um zu kümmern, dass mehr Bäume entwickelt werden. Also an der Stelle möchte ich mich, um einen Grußaufwand zu stimmen, der eigentlich etwas überflüssig ist, weil die Grußung hat ja nicht gestanden.